Musik Wir shooten heute hier die Herbst-Winter-Kollektion 2018-19 für unser Kundenmagazin Schuhfession. Ich freue mich, dass wir heute fünf Influencer hier bei dem Shooting dabei haben. Wir haben den Erik dabei, den Konstantin, die Dana, die Diana und die Kim. Musik Es ist super angenehm hier am Set einfach und irgendwie kennt man ja auch die meisten schon. Entweder, weil man sie im realen Leben schon mal gesehen hat oder man kennt sie von Instagram. Musik Musik Mir bedeutet das Shooting besonders viel, da ich zur Marke selber einfach schon sehr lange aufschaue und schon früher in meinen jungen Jahren irgendwie immer meine Schuhe, bei denen ich mal gekauft habe. Ich glaube, es ist halt gerade auch cool, so für Familienangehörige und so sowas mal zu sehen, weil die dann vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen mehr verstehen, was man da tatsächlich macht. Also auf jeden Fall die Herbst-Winter-Trends für mich persönlich sind dieses Jahr gerade Chelsea-Boots, vor allem schwarz in Kombination mit cooler Jeans, ein bisschen skinny Jeans. Schuhe sind einfach irgendwie immer ein It-Piece, also zum Aufwerten des Outfits auf jeden Fall sehr wichtig. Wir arbeiten nicht mit professionellen Fotomodellen, aber sie waren authentisch und echt überzeugend und positiv drauf. Musik Ich habe die ersten Ergebnisse eben gesehen. Ich bin total happy, weil das macht heute hier nicht nur viel Spaß, sondern es sieht auch super toll aus auf den Fotos. Musik 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 Vielen Dank.